Es ist so kalt, es ist so... Oh mein Gott, es ist so kalt! Taggi, wie du siehst, ey... Wow, wow, wow! Gibt's auch eine Steigerung? Ja, aber hey, darf ich's so machen? Ja klar! Sexy! Aber wir Frauen machen's, gell? Wie so ein Anlass, putzen wir uns raus und holen uns draußen den Tod, aber wurscht. Ja, ist egal! Wirklich, ich hab Schlimmeres erlebt. Worauf freust du dich heute Abend am meisten? Natürlich auf die Show! Ich bin super gespannt, wie viele Musiker kommen werden auf The Weeknd! Oh mein Gott, ich liebe The Weeknd! Ich auch! Auf jeden Fall, darauf freu ich mich auch sehr! Ja, also ich bin so gespannt und ich will unbedingt ein Selfie mit ihm! Das kriegst du doch hin! Ich hoffe doch! Du hast deine Beziehungen! Dann bleibst du so hinten und dann, weißt du... Mache ich! Funktioniert irgendwie so! 25 Jahre Echo auf einmal heute! Das sind ne Menge Hits! Was für ein Song würde auf deine Echo-Playlist gehören? Auf jeden Fall The Weeknd, I can't feel my face! Work, work, work! Rihanna! Die war sogar mal live hier! Ja! Und was noch? Casey Rebel, bist du real! Das gehört drauf! Das sind also deine Top 3, die auf deine Echo-Playlist wissen! Auf jeden Fall! Na gut! Und wenn du an den Echo denkst, welche drei Sachen müssen heute Abend für dich passieren, damit du findest... Check! Geiler Abend! Selfie mit Weekend! Einen schönen Abend meinem Freund! Und gutes Essen hoffe ich! Und ne gute Show! Also das sind vier Dinge! Und ganz ehrlich, das wird passieren! Ich hoffe! Ich freue mich schon! Wir sehen uns auch später! Machen wir! Feiern ein bisschen! Genieß es und genieß die Show! Machen wir! Drück dir die Daumen für The Weekend! Mach ich! Dankeschön! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Tut mir drin... Pan firefighter ... Profi-B-Blogs vergeben ... Ne plan massivante ...